Moin moin Leute und ein ganz ganz liebes herzlich willkommen zurück im neuen Jahr mit einer neuen Folge Let's Play Albion. Unsere Gefährten stehen versonnen hier an der Hafenkante und schauen aufs offene Meer hinaus, bedenken die Ereignisse die wir bisher erlebt haben hier auf der Insel Mayeni, bedenken den Konflikt zwischen dem Iskai-Dorf Srimanila und dem kleinen traditionellen Dorf Konos. Oh, hier ist eine Wegmarkierung, die wir bisher nicht hatten. Sehr schön. Lassen ihren Blick schweifen und sind ein wenig ratlos. Jetzt ist auch noch der Ratsvorsitzende Heras in Gefahr gewesen, der hier den Rat der Gerechten regiert nicht, aber ihm vorsitzt. Und obwohl uns der Konos bisher nicht sehr sympathisch war, kann man eigentlich nicht sagen, dass er unser Hauptverdächtiger ist in der ganzen Sache. Viel Verdächtiger haben sich Gart und Rico gemacht, aber wo die jetzt sind... Ach, das kann auch wieder kein Mensch sagen und auch kein Iskai. Ähm... Ziellos wandern wir umher. Da meldet sich mit einem Mal Melthas mit einem Aufatmen. Hastie schreibt ja etwas auf seinen Zettel. Wir sollten meinen Freund Darius in Konos besuchen. Er wollte doch mit uns sprechen, das haben wir ganz vergessen. Recht hast du, Melthas. Wir machen uns sofort auf den Weg. Und später sollten wir auch noch mal hier in der Kneipe vorbeischauen. Die betrunkenen Menschen sind so lustig. Ja, ich hab... Ja, Sira, wir, ähm... Vielleicht ist auch die Kneipe eine gute Adresse. Gut, wir machen uns also erstmal auf nach Kugeln aus. Das stimmt, wisst ihr noch? Also eigentlich sind wir ja, äh, da hingegangen, weil wir mit Melthas Freund Darius sprechen wollten. Und dann ist uns diese aufgeregte Frau, diese Botin von Caria begegnet, die uns hier zurück nach Biloveno geführt hat. Aber... Wir wissen ja immer noch gar nicht, was der Darius eigentlich zu sagen hatte. Ach, ich freu mich grad richtig, das wieder zu spielen hier. So, war das hier schon? Ah, nee, ich glaub hier hoch, oder? Ja, so ist es. Hier ist der Gebirgspass. Leute, hattet ihr, ähm, tja, äh, einen guten Übergang ins neue Jahr? Also, falls ihr das gerade jetzt guckt, wo ich's dann auch hochlade. Äh, ansonsten, ähm, äh, kommt auch wieder Neujahr. Mhm. Oh, und dann beantwortet ihr einfach die Frage später. Ich hab ganz gemütlich und schön gefeiert mit Schafen und Fuchsen. Ähm, da läuft sie ja immer noch rum, oder? Hm. Und, äh, hab mich mal wieder kräftig verjagt. Ich bin ein ganz schreckhafter Pinguin, gar nicht schusssicher. Und wenn dann irgendwo um mich herum so Böller explodieren oder Raketen, uh, das ist immer schwierig für mich. So, hier musste man sich irgendwie so durchschlingeln, nicht wahr? Schlingel, schlingel. Ähm, hier an dem verschütteten Wein vorbei vielleicht? Über der Kiste hinweg? Jawohl. Wir haben zur Zeit eine brisante Stimmung hier. Kontos will das Heiligtum von Srimalina besetzen. Aber ihr wisst das nicht von mir. Wir stehen ja schon alle hinter Kontos. Aber manchmal bin ich mir nicht sicher, ob seine Entscheidungen richtig sind. Die meisten sind davon überzeugt. Ich bin es aber leider nicht. Über die komischen Wesen weiß ich nichts. Und das Heiligtum gibt es schon, solange ich lebe. Warum soll das plötzlich gefährlich werden? Vielleicht ist das Ganze ja auch nur vorübergehend. Die meisten von uns stehen jedenfalls voll hinter unserem Anführer. Vielleicht sind meine Zweifel ja auch unberechtigt. Ich muss euch noch etwas Wichtiges sagen. Ja? Rede nur. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Aber die meisten in unserem Dorf sind schon zum Heiligtum von Srimalina gezogen. Oh je. Wir haben beschlossen, es zu besetzen und das Böse darin zu vernichten. Kontos sagt, dass DSK dort mit schwarzer Magie experimentieren. Vielleicht hat er recht, denn wenn er sich irrt, bedeutet das unweigerlich einen Krieg. Ich werde auch bald nachkommen und meinen Stammesbrüdern zur Seite stehen. Oh hoppla. Das ist jetzt aber fix eskaliert, während wir da unten versucht haben oder vielleicht auch erfolgreich darin waren. Das wissen wir ja noch nicht. Das Attentat auf Harrahs zu verhindern. Sind hier die Truppen mobil gemacht worden. Wir müssen mit Kontos sprechen. Tatsächlich. Keine Männer mehr hier. Doch. Doch, doch. Die sind noch da. Okay. Und Nord ist auch noch da. Hier war deiner. Kontos, wir müssen dringend mit euch sprechen. Ihr seid wohl nie zufrieden, was? Naja. In Anbetracht der drohenden Gefahr kann ich es sogar noch nachvollziehen, dass ihr schon völlig panisch und verängstigt seid. Ah, ich glaube, das haben wir schon mal gehört, oder? Ah, vielleicht auch nicht. Wenn ihr schon danach fragt, ja, warum sollte ich euch eigentlich nicht davon erzählen? Es gibt wirklich etwas Gefährliches im Norden des Kontinents, das in der Nähe des Iskai-Dorfes Srimalina gelegen ist. Dort gibt es einen Keller, den Iskai schon seit Generationen als ihren Besitz und Heiligtum betrachten. Sie halten dort regelmäßig religiöse Zeremonien ab und haben über den Ort und dessen Umgebung ein Tabu verhängt. Dieses Tabu wurde auch von allen strikt beachtet. Das war nun die offizielle Version und das ist auch das, was die meisten Menschen von dem Ort wirklich glauben. Aber es ist nicht die Wahrheit. Die Menschen sind leichtgläubig und sie glauben gerne an das, was sie möchten. Und so kam überhaupt niemand auf den Gedanken nachzuforschen, was nun wirklich das Geheimnis dieses Ortes ist. Nun, ich habe es getan. Nun, die Wahrheit ist, dass hier Iskai unter dem Deckmantel einer heiligen Städte seit langerer Zeit auf der Suche nach mächtiger schwarzer Magie sind. Sie experimentieren dort mit neuen Kräften, an die selbst ich mich nicht heranwagen würde. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, welche Gefahren so ein Unternehmen in sich bringt und wie leicht so etwas außer Kontrolle geraten kann, ganz besonders dann, wenn Laienmagier sich an Kräfte heranwagen, die einige Klassen zu groß für sie sind. Aber sie haben es trotzdem getan und die Folgen sind nur allzu offensichtlich. Die Kräfte, die sie gerufen haben, sind übermächtig geworden. Es ist eine völlig unkontrollierte Situation entstanden und die vielen schrecklichen Kreaturen, die man mittlerweile in der Nähe der Städte antrifft, sind nur das erste Anzeichen für die ständig wachsende Gefahr, die von diesem Ort ausgeht. Langfristig müssen wir etwas dagegen unternehmen. Und wenn auch der Rat von Belowen noch keine Notwendigkeit sieht, hier einzugreifen, so werden zumindest wir in Kulos nicht tatenlos zusehen. Habe ich euch nicht schon erzählt, was wir für Probleme haben? Doch, gewiss, das habt ihr. Nun ja, inzwischen ist das Problem so groß, dass wir unbedingt dagegen angehen müssen. Meine Stammesbrüder sind mit meiner Meinung einverstanden und stehen voll hinter meinem Plan. Oh, Plan? Wir werden tun, was getan werden muss. Wir werden das Heiligtum besetzen und so verhindern, dass die Iskai durch ihre Gebetsstätte noch größeren Schaden anrichten können. Vielleicht werden wir die Magiewerkstatt vernichten müssen. Das wird sich aber erst vor Ort entscheiden. Aber was ist mit dem Tabu, Kontos? Das Tabu werden wir natürlich ignorieren. Belowen nur kann froh sein, dass wir ihnen diese Drecksarbeit abnehmen. Wir werden die Städte besetzen und zwar so bald wie möglich. Das muss einfach getan werden. Bedeutet das aber nicht ein Krieg zwischen den Iskai und den Menschen? Hört, ich wiederhole mich nur ungern. Wir müssen das Land retten, bevor die schrecklichen Wesen die Übermacht gewinnen. Und das muss so bald wie möglich geschehen, denn mit jeder Stunde wird die feindliche Macht größer. Oh Leute, er ist überhaupt nicht einsichtig und offenbar der bestimmende Kopf hinter dieser Kriegstreiberei. Was können wir machen? Wir können natürlich da hingehen und versuchen zu vermitteln. Aber ich bin mir nicht sicher, ob nur unsere guten Worte und unsere klugen Argumente hier wohl dafür sorgen werden, dass wir Gehör finden bei den verschiedenen Parteiungen, die da jetzt gerade aneinander geraten. Ich würde ja eigentlich doch lieber hier dem Kontos jetzt noch ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und mal sehen, ob der nicht ein paar Leichen im Keller hat. Ich meine, der Keller ist groß genug dafür, wenn man ehrlich ist. Also haben wir genug Ausrüstung. Wir haben ein paar Heiltränke, ein paar Magietränke. Wir haben Edelsteine, die wir nicht brauchen. Wir haben Pfeile. Pfeile haben wir genug. Und, ähm, nee, nee. Wenn wir mal nicht Reinhard zum Gruppenmannführer machen. Und ausgerüstet sind wir eigentlich auch ganz ordentlich, oder? Doch, klar. Ja, dann heißt es jetzt mal sich hier reinladen. Oh, das ist so eine Art von Rätsel wie, ja, offen, zu, offen, durch. Okay. Sehr schön. Ups, was sind das denn für Viecher? Die kennen wir noch gar nicht. Rinnrii. Und zwar eine ganze Menge. Neun Stück, ne? Ja, okay. Hm. Zum Glück ist ja nun Kontos nicht der Einzige, der sich hier Magier schimpfen darf. Wir gucken mal, ob die schneller sind. Ich hoffe mal nicht. Aber man weiß es natürlich im ersten Moment nicht. Sondern wir haben auch ein paar Tricks auf Lager. Ach, die sind fix. Und sie machen ordentlich Schaden. Guckt euch das mal an. Aber sie halten noch nicht ganz so viel aus. Okay. Ich denke, wir sollten den hier mal versuchen einzufrieren. Damit unsere hintere Reihe nicht mehr bedroht wird, als unbedingt nötig ist. Und so vielleicht. Oh, die ziehen sich zurück. Zieht ihr euch zurück? Ach! Ja, Leute. Gut, so kriegen wir natürlich nicht das Maximum an Erfahrungspunkten. Aber ich glaube, wir sparen uns viele Treffer, die wir sonst einstecken müssten. Es findet wohl niemand in diesem Dorf verdächtig, dass der große gefeierte spirituelle Anführer Kontos hier irgendwelche spinnartigen Ekelviecher in seinem Keller hat, oder? Naja, die wissen das wahrscheinlich gar nicht. Die Tür ist offen. Oh, und hier ist eine Tür, die ich übersehen habe. Und sie lächelt wieder freundlich. Wer das Amulett sieht, muss sterben. Was ist denn nun, wenn dieses Amulett in irgendeiner Weise in Zusammenhang steht mit den Geschehnissen da oben? Vielleicht ist da irgendwas eingraviert, oder es kann Dämonen beschwören, oder... Ich möchte es eigentlich nicht auslassen. Wir speichern einfach mal, Leute. Und gucken mal rein. Ja, es ist ein normales Amulett der Kraft. Ich meine, es ist jetzt auch nicht das Schlechteste, was man so finden kann. Ähm, ähm... Ähm... Trill würde auf einen Schlag natürlich wahnsinnig viel mehr Schaden machen. Aber auch viel mehr einstecken. Wir geben das erst mal Sira. So. Und gucken denn mal. Hm. Und jetzt müssen wir sterben? Oh. Hä. Ja, vielleicht müssen wir jetzt sterben. Hä. Gibt's ja irgendwie... Huch! Unglaublich, diese Wand muss eine Enttäuschung sein. Wir können einfach hindurchgehen. Mhm. Ja, dann sterben wir doch einfach nicht. Wie wär's? So. Ausgetrickst. Na, der arbeitet ja mit ausgekochten Mitteln hier. Aber sagt mal, wo ist denn jetzt eigentlich... Ähm... Wo geht's denn hier weiter? Also hier gibt es diese farbigen Dinger. Und wir können hier... ...die Farbe verändern. Ja. Indem wir die Platten berühren. Aber das sieht ja auch wieder aus wie ein Rätsel eigentlich, ne? Ich glaube, das jetzt durchzuprobieren ist ziemlich... ...ziemlich albern. Wir brauchen eigentlich schon sowas wie... ...ähm... ...nen Plan oder... ...ne Kombinationsnotiz... ...notiz oder... ...ja, irgendwie sowas. Tja, 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 tja... ...schrum, schrum, schrum, schrum... ...sind wir da draußen. Ähm... ...ich überlege gerade, ob wir irgendwas übersehen haben. Was war hier in dem Gerümpel drin? Ist da vielleicht, finden wir da einen Hinweis? Wir müssten sonst ein Arbeitszimmer durchsuchen, aber solange er da ist... ...glaube ich nicht, dass wir da einfach mal so im Schreibtisch wühlen können. Und ich möchte mich lieber nicht direkt mit ihm anlegen, denn... ...wenn das so ein mächtiger Magier ist... ...dann kriegen wir bestimmt ganz schön auf die Zwölf dafür. Ach nee, das hier war sein... ...ein Kommentar hat, ähm, enthüllt, dass das hier sein geheimer Schnapsvorrat ist. Ähm... Hm... ...aber keine Karte. Tja... Nee, ihn darauf anzusprechen, bringt ja nun wirklich mal gar nichts. Aber hier ist auch sonst nichts, oder? Nee. Das ist einfach nur ein großer leerer Raum. Hm... Das finde ich ja nun seltsam. Wobei, äh, ich glaube ich gerade vergessen habe, dass wir ja an einer Stelle auch runtergehen können, ne? Okay, vielleicht müssen wir noch gar nicht unbedingt hier dieses Rätsel lösen, sondern können uns da erstmal auf den Weg nach unten... Mann, das probieren wir mal einmal, Leute. Ähm... Vielleicht kriegen wir in den tieferen Etagen Zugang zu was auch immer. Bin ich jetzt richtig gelaufen? Ja. So, jetzt macht es gleich wieder schrumm, schrumm, schrumm. Schring, schring, schring. Schring, schring, schring. Da ist es offen. Mhm. So. Da drüben leuchtet immer noch der Tod. Und hier geht's runter. Oh, die Musik hat sich verändert. Oh je. Hey, gut, dass die gar nicht gruselig ist. Ah, da sind noch solche Rindreehviecher. Eins erstmal. Das ist tatsächlich nur eins. Ja, komm mal näher. Hm, hm. Wir werden dich einfeuern. Und mit unseren Fernkampfwaffen behaken. Ich glaube nicht, dass er da noch viel zu... Zu sagen hat hier. Der kleine... Vier Augen. Gitt, 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 gitt. Und irgendwelche Antennen. Flugfähig scheint hier nicht zu sein. Vier Erfahrungs... Na ja, oh. Das ist jetzt auch nicht so... Ja, dann kriegen wir die Erfahrungspunkte doch, oder? Wir haben doch hier eben eine größere Gruppe... Naja, besiegt kann man nicht sagen. Aber in die Flucht geschlagen. Und... Ah, jetzt hat sich hier ein Gang aufgetan. Und bei der Gelegenheit... Oh, entschuldigt, Leute. Da hatte ich einen Frosch im Hals. Hm, der Frosch. Ich trinke mal gerade was. Hm. Da sind jetzt noch irgendwelche... Echsenviecher dabei. Oh, oh. Kids. Aha. Die sehen aber fies aus. Wie so in der Evolution stecken gebliebene Fluch- und Fege-Dinosaurier oder solche Viecher. Also wir werden erstmal hier jetzt wieder so einen Rindri töten. Denn, ähm... Wenn der sich erstmal... In den ewigen Jagdgründen wiederfindet, dann werden ja die anderen vier Kumpel hier von ihm wahrscheinlich auch wieder fliehen. Und... Pfff, den Rest hier, den behaken wir einfach mal mit Magie und gucken, was passiert. Ich weiß wieder nicht, wie schnell die sind. Wir verschwenden mal keinen Mana. Aber ein Pfeil, das können wir, glaube ich, uns gestatten. So. So. Der müsste jetzt ja eigentlich hinüber sein, oder? Ja, ist er auch. Hat den Zauber komplett abwehren können. Oh, das könnte aber böse enden. Ja, Reiner, zieh dich mal zurück. Die sind alle auf der Seite. Das heißt, wenn wir uns mit unserer, äh... Hinteren Reihe vielleicht nach rechts bewegen... Ja, mal gucken. Die fallen aber auch recht schnell um. Die haben jetzt nicht unglaublich viel Schaden angerichtet. Mhm. Hier geht man auch hier mit drauf. Und die Iskai kümmern sich um den Linken. Die fliehen jedenfalls nicht so, wie es aussieht. Die kämpfen weiter bis zum bitteren Ende. Aha. Boah, ich hoffe, Syrah kriegt jetzt nicht dick auf die Zwölf. Nee. Drill regelt. Drill regelt immer. So. Mhm. Sehr schön. 83 Erfahrungspunkte. Na ja, man kriegt hier schon ganz gut, äh... Erfahrung. Und wir brauchen mal ein bisschen Heilung hier von Melders. Auch für Drill. Sehr schön. So, was haben wir jetzt hier? Hier ist eine... Aha. Eine Edelsteinkette. Die ist erstmal nichts Besonderes. Gold. Und... Eine Farbkarte. Aha. Aha, aha. Na, das kriegen wir doch vielleicht gleich mal gebacken hier. Geht's hier sonst noch weiter? Nö. Nö. Das ist einfach... Äh... Schon der richtige Raum gewesen. Gut. Dann, bevor wir hier weitergehen. Es scheint ja hier noch sehr viel weiter zu gehen. Gehen wir mal nach oben und... kümmern uns erst um dieses Rätsel. Hm. Boah, diese Musik. Das ist ja schlimmer als damals, als der... Attentäter in, ähm... ...in die Ratsversammlung von Shirin A. eingedrungen ist. Also, wir brauchen... ...unten... ...gelb-grün-gelb. Und hier oben brauchten wir, äh... ...blau-blau-rosa. Blau-blau-rosa. Blau. Blau. Und... Ja, erst pass mal auf. Rosa. Hm. Und mit einem Mal verschwinden. Äh, diese Platten einfach. Und hier haben wir... ...zehn Goldmünzen. Und... ...noch mal zehn Goldmünzen. Wenn das jetzt nur 60 Gold bringt, bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Und... ...noch mal zehn Goldmünzen. Hm. Zehn Goldmünzen. Ja. Hm. 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 Hm, hm, hm. Gut, es war jetzt auch kein unendlich schwieriges Rätsel. Wahrscheinlich muss man das einfach mal in Relation setzen. Dann haben wir diese Etage soweit abgeschlossen, glaube ich. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht hier mega riesig. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, an wie groß diese Kelleranlagen hier unten waren. Ich weiß nur, dass sie viele Schätze enthielten. Und einigermaßen interessant waren. Also... Hm. Da ist ein Feuerball. Ach, das ist... Der wandert hier so rum wahrscheinlich. Und da ist Gerümpel. Gut, bevor wir uns dem hier zuwenden... ...gucken wir mal hier in diesen Raum rein. Und ein Angriff von... ...mehreren Rennries. Gut, das ist nicht ganz so schlimm, ne? Das muss jetzt einfach Hunag überleben und dann ist gut. Hm, oder Meltos. Der heilt sich gleich außerhalb des Kampfes. So. Und zwölf Erfahrungspunkte. Man kriegt also, auch wenn die Gegner fliehen, die Erfahrungspunkte. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Hm, hm. Dann brauche ich gar keinen falschen Ehrgeiz zu entwickeln. So. Aha. Hier ist wahrscheinlich, aber sonst... Da in dieser Ecke ist... Nö, da ist nichts. Ähm. Was haben wir hier? Ein Angriff von... ...einem Kitz. Könnte schlimmer sein. Ja. Kann Trill inzwischen dreimal angreifen? Das sieht man hier nicht, ne? Hm. Ja, das gefällt mir aber sehr, sehr gut. Hm. Sonst war hier in diesem Raum nichts? Nö. Hier war nur so ein Kitz eingesperrt. Wahrscheinlich ein Versuchsobjekt von Kontos oder... Oh. Hä? Joa. So. Klar. Ohje, ohje. Wir brauchen mal einen Zerang für Hunag. Und gucken mal, was er jetzt anwenden kann. Ach nee. Die sind ja unempfindlich auf Magie, ne? Oh, das hätte ich jetzt fast vergessen, Leute. Das ist natürlich Mist. Da müssen wir mal überlegen, ob wir vielleicht unsere Fernkämpfer zurückziehen und unsere Nahkämpfer das machen lassen. Dann ist es zwar schade darum, dass die Leute hier keine Erfahrungspunkte bekommen. Aber andererseits, ein Dude nützen sie sonst ja nur auch wieder nichts, ne? Ja. Wir versuchen es einfach mal, uns mit Hunag auch noch zurückzuziehen. Hm. Denn die beiden hier, die machen sich ja, schlagen sich eigentlich ganz gut. Mhm. Ja, alles klar. Wir versuchen so. Das ist natürlich eigentlich ein bisschen seltsam, ne? Wenn wir mit weniger Gruppenmitgliedern erfolgreicher sind, als mit mehreren. Aber die verursachen ja, wenn man gut gepanzert ist, gar nicht mal so viel Schaden. Das heißt, vielleicht ist das einfach unsere Dauertaktik. Mal gucken. Wir finden da schon noch raus. Fumfum. So. Ja, das sind ja wirklich kleine Wunden, die die hier reißen. Fumfum. Das ist wirklich so eine totale Ein-Mann-Armee. So. Und hier drauf. Mhm. Und da hochbewegen. So, sehr schön. Ja, nicht so schlimm. So. 137 Erfahrungspunkte ist natürlich auch eine ganze, ganze Menge. Und Meltos fliegt unsere Verbundeten wieder zusammen. So. Gibt sich selbst vielleicht auch ein bisschen, ne? Na, wir können ja auch mal gucken, ob wir rasten können hier unten. Vielleicht ist es ja hier einigermaßen sicher. Ja, von wegen. Wir sind halt im Keller eines Zauberers. Ja. Türen, 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 Türen. Aber es ist kein Labyrinth, oder? Ah doch, ein Labyrinth, aber kein Irrgarten. Ah doch, hier habe ich eine Wahl. Hier habe ich eine Wahl und dahinter warten Gegner auf uns. Dann rasten wir doch hier einfach direkt. So, sehr schön. Wir brauchen wieder ein bisschen Licht, Sarah. So. Eigentlich brauchen wir auch Drill vorne. So, was erwartet uns jetzt hier? Hier erwartet uns... Was ist das? Nichts, das ist gar nichts. Und hier haben wir Gerümpel. Und hier finden wir ein bisschen Gold. Aha. Oh Gott, wir können jetzt noch hier weitergehen, oder dort? Was ist das denn? Die kennen wir aber auch noch nicht. Oh, und da sind auch ein paar. Brocks. Aha. Ähm. Die sehen ja ein bisschen von der Natur benachteiligt aus. Wir frieren die erstmal ein. Ja, Tiefkühlbrocks. Das ist eine gute Idee. Und wir packen hier einen kleinen Feuerregen drauf. Und Rainer darf das tun, was er immer tut. Und gegen Drill haben die natürlich überhaupt keine Schnitte. Ach ja, da schneit's. Ich habe immer noch keinen Schnee erlebt in diesem Winter, Leute. Ist das vorstellbar? Ja, aber es ist keine schöne Vorstellung. So, die sind jetzt erstmal eingefroren. Das ist doch gut. Und das können wir uns merken, dass die auch langsamer sind als Sira. Jetzt ein bisschen die Frage, wie gefährlich die sind, ob wir nochmal eine ganze Frostlawine brauchen, oder ob wir nicht hier auf die hintere Reihe einfach einen Frostkristall zaubern, Drill mal hier rüber bewegen und uns ansonsten auch ein bisschen mehr auf unsere Fernkämpfer verlassen. Vielleicht nimmst du doch einen kleinen Feuerball, davon kannst du ja doch eine ganze Menge zaubern. Und du könntest da drüben mal einen Blitzschlag reintrümmern. So vielleicht. Dann ist die hintere Reihe weiter gestunnt, also tiefgefroren. Und was haben die denn hier? Das sieht so aus, als hätten die Schwänze mit einem Greifarm. Also, ich finde ja, die sehen tatsächlich fast so ein bisschen mitleiderregend aus, dass ich die gar nicht wirklich töten möchte. So. Verstehe ich ja? So mit ihren großen Augen und ihrer Kauerstellung. Vielleicht geben die uns doch ganz schön auf die Zwölfe, wenn wir es nicht verhindern. Ach, das sind Fernkämpfer. Ach, stimmt. Das waren Fernkämpfer. Das hatte ich kurz vergessen. Ja, das für uns Konsequenzen. Vielleicht gar nicht mal unbedingt, oder? Wir können auch mal hier so einen Trän... Ach, ich sollte die Tränke auch nicht verschwenden. Die treffen ja offenbar auch gar nicht so gut hier mit ihren Steinchen. Also, wir bleiben mal jetzt im nicht magischen Bereich hier. Sehr schön. So, 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 so. So. Geid hat alle? Oh, das geht. Ist ja super. So. 128 Erfahrungspunkte und Sicherheitsstufe 16 erreicht. Nicht schlecht. Stein. Schaden 2. Lieb, das ist kein Vergleich zu dem, was wir haben. Wir verzichten auf den Rest der Gegenstände, ja. Wir haben hier eine Truhe. Antidot Krankheit. Antidot Verrücktheit. Und ein paar Rationen. Aha. Warum auch immer Kontos das hier unten in seinem Keller lagert. Bewacht von irgendwelchen Borgviechern. Ist ja egal. Ähm. Ja, dann durchschreiten wir da hinten noch die Tür. Blub, blub, blub. Wenn ich sie finde. Ja, Leute. Das ist auch im neuen Jahr nicht besser geworden. Ich bleib bei meiner Tradition, dass ich mich die ganze Zeit dörbig verlaufe. Mhm. Bo. Hier geht's rein. Und da sind auch wieder Gegner. Ansonsten nichts. Okay. Dann gucken wir mal. Das sind wieder... Das sind wieder die, für die Tom und Drill zuständig sind. Ein paar Borgs sind aber auch dabei. Ja, gucken wir einfach mal, was passiert. Also, ich muss ja sagen, dass ich, je länger wir hier unterwegs sind, in diesem Keller, desto weniger ein schlechtes Gewissen dabei habe, wenn wir nochmal raufgehen und die privaten Schnapsvorräte von Konthaus plündern. Denn, ähm. Also, niemand kann mir erzählen, dass diese Viecher hier unten ohne sein Mitwissen in seinem Keller wohnen. Und. Äh. Wenn man sowas schon in seinem Keller hat, dann will ich gar nicht wissen, was der noch so für Kreaturen beschwören und beherrschen kann. Hm. Runak hat ganz schön auf die 12 bekommen. Hm. Na. Da hat sie ihn gerissen, okay. Da muss man also doch ein bisschen aufpassen, hier auf seine Fernkämpfer. Mhm. Gut, wir lernen die ja noch kennen, hier diese Gegner. Diesen Gegnertypus. Ich, ähm. Habe auch stetig weniger Mitleid mit denen. So. Machen wir das. Das ist ja nicht nötig. Hm. Der zieht sich zurück, glaube ich. Mhm. Dann können wir den hier noch ganz geschmeidig erledigen. So. Damatstufe 19 erreicht. Rainer 16. Dann kriegen die doch Erfahrungspunkte. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, wenn die nicht bis zum Ende am Kampf teilnehmen. Oh, das ist ja gut. Das ist ja sehr, sehr gut. Ne, dann ist das ja alles kein Problem, wie wir das jetzt gemacht haben hier. Ein Dokumentteil. Aha. Nutzen. Es fehlt der andere Teil des Dokuments. Aha. Interessant. Offenbar können unsere Leute auch aus dem einen Dokumentteil noch nichts erschließen. Dann müssen wir mal sehen, dass wir, ähm, den anderen Teil vielleicht anderswo hier finden. Warum hat Kontos ein Dokumentteil bei sich unten in seinen schwer bewachten Kelleranlagen? Ähm. Der dann auch noch geteilt ist. Macht man das aus einem anderen Grund, als dass man etwas verbergen will? Oh, hallo. Hä? Na? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben von den Dinosaurier-Viechern. Und vier von den Rindring-Viechern. Ja, Kids heißen die, ne? Kids, ja. Na gut. So, die hintere Reihe zieht sich geschlossen zurück. Hm, hat überlebt, oder? Das gefällt mir nicht so gut. Warum? Was fällt dem ein? Nein, hört auf. So, jetzt dürft ihr euch zurückziehen. Gucken wir mal. Kommen die da durch? Ah, vielleicht wenn die da nicht durchkommen, reagieren sie wie verängstigte Tiere. Nee, sie suchen sich ihren Weg, das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr beruhigend. So. Ich meine, Tom richtet nicht viel Schaden an, aber er steckt auch nicht wahnsinnig viel Schaden ein. Und selbst wenn doch, können wir ja mal eben hier einen kleinen Trank einwerfen. Ja. Boah, wie ich das als Gegner hassen würde. Gut, dass wir noch keinem Gegner begegnet sind, der sich selbst heilen kann. So was hasse ich in Spielen ja immer total. Dann prügelst du ganz mühsam, ich meine, in den alten Spielen ist das ja noch viel üblicher als heutzutage, prügelst du mühsam eine halbe Stunde auf den Gegner nieder und überlebst mit ganz vielen Tricks und Skill. Und dann fängt er an sich zu heilen und dann war es das auch schon wieder. So. Hm. Da ist er jetzt einmal um Tom rumgetanzt. Man müsste den aber eigentlich auch schon klatschen können, jawohl. Und Kids flieht. Hunak hat Stufe 9 erreicht, das finde ich gut. Doch, das ist eine gute Taktik hier gegen die Viecher. Was ist das? Sieht eigentlich nicht aus wie eine dieser transparenten Wände hier, ist nämlich nicht eingerahmt. Da geht's noch weiter. Ähm. Da ist ein Schalt. Aha. Da ist so ein Feuerballausgang. Wir können hier einfach durch... Oh, ein Angriff. Aber wir können da einfach durch sonst. Ah, wieder mit diesem Bockviecher. So. Jawohl. Okay. Also die zwei sind schneller als die Box. Und Hunak und Rainer sind ein bisschen langsamer als die. Das können wir uns ja merken. Das ist ja kein Problem. So. Fumfumf. Ja, die sind für sich genommen nicht gefährlich, bloß die schiere Masse ist es dann, ne? Die uns überwältigen könnte. Dass die sich hier nicht gegenseitig auffressen. Wer da wohl immer runterkommt und die füttert, die Viecher? Wahrscheinlich Nord. Hm. Ich muss euch füttert, ihr Viecher. Nein, hört auf, ich töte euch. So. Fumfum. Fumfumfumf. Fumfumf. Das ist natürlich ein bisschen schwierig da ranzukommen, solange wir nicht die Möglichkeit haben in die vorderen Reihen vorzudringen. Wir dürfen ja immer nur hier auf diesen ersten beiden Reihen stehen und kämpfen. Die Gegner haben so ein bisschen mehr Bewegungsspielraum hier in den oberen vier Reihen, drei Reihen. Ne, die können ja auch hier runterkommen. Also bis in diese Reihe. Also haben die tatsächlich vier Reihen. Was sind das dann? Zwölfälle? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh ne, vier mehr. So. Möchtest du nicht fliehen? Vielleicht? Ne, du möchtest eigentlich nicht fliehen. Ja. So. Pass mal auf. Ja, da staunst du, was? So, 133 Erfahrungspunkte. Man kriegt hier doch wirklich ganz gut was mitgeteilt. Also. Hier ist auch nochmal ein Schalter und hier sind Türen, die auch beide offen sind. Ja, wofür ist denn dann... Wofür ist das denn dann? Wird das hier als Wand angezeigt auf der Karte? Das wird tatsächlich als Wand angezeigt. Ich höre hier gerade sowas wie so ein Knistern von Feuer. Wobei wir immerhin bisher noch keinen Dämonen begegnet sind. Und das finde ich eigentlich ganz, so ganz gut. Fumm, fumm. Na. Natürlich ja alle auf Rainer oder was? Ähm, sondern nur solchen erdtierähnlichen Kreaturen. Oh, noch ein Angriff. Oh ja. Oh ja. Natürlich. So. Wahrscheinlich könnte man Dreh sogar auch alleine kämpfen lassen. Hmm. Hm. Könnte man wirklich. Wahrscheinlich ist er nicht nur der fähigste Hysterik von Esriman Inaz, sondern der beste Kämpfer hier in der Welt. Gut, da wird man auch nicht übermütlich werden. 75 Erfahrungspunkte, Meltaz hat Stufe 15 erreicht. Denn dann kannst du doch mal gerade hier deine heilenden Fähigkeiten nutzen, um unsere Erdenbürger wieder zusammen zu flicken. Was finden wir jetzt hier? Eine Kiste? Vielleicht ist das zweite Dokumentteil hier drin. Aha. So, steck mal deine Wurstfinger da rein. Rainer schafft es nicht, das Schloss zu knacken. Aha. Doch, schafft er wohl. Ein Flinkheitsamulett, Geld, ein Heiltag, Fackeln. Die Fackeln brauchen wir nicht unbedingt. Und dieses Amulett. Na, wir haben jetzt hier niemanden mehr, der uns das identifizieren könnte, ne? Das könnte also auch ein verfluchter Gegenstand sein. Das lassen wir erstmal in unserem Inventar und gucken uns das später nochmal genauer an. Gut, das war jetzt also das, was wir hier finden konnten. Aber wofür? Also ich bleib dabei, das muss doch irgendeine Bedeutung haben. Wir betätigen einfach mal den Schalter. Betätigen einfach mal den Schalter hier. Und gucken mal, was passiert. Also, jetzt kommt da ein Feuerball raus. Und der fliegt auch da in einer geraden Bahn. Und hier gegen. Und es passiert gar nichts. Und wenn wir hier den Schalter betätigen. Dann fliegt hier ein Feuerball raus. Und fliegt dagegen. Verschiebt das hier um eins. Ne, das hat sich eben auch verschoben, oder? In die Richtung. Aha. Tja. Jetzt wäre nur die Frage, was bringt uns das? Wir können das ja erstmal hier in den Raum reinschieben. Mhm. Und vielleicht fällt uns da noch mehr ein. Kommt da wieder der Feuerball raus? Ja. Das ist ja ein ausgeklübeltes System wahrscheinlich, mit dem wir es hier zu tun haben. Da braucht man ein bisschen Geduld. Und vor allem sollten wir da nicht reinlaufen. Hm. Ich weiß gar nicht, was mit meiner Stimme los ist. Aber ich glaube, ich habe mir doch ein bisschen Frost geholt vielleicht. Könnten vielleicht diese Feuerbälle in irgendeiner Verbindung mit diesen transparenten Wänden hier stehen? Ist da irgendwas hinter? Ja klar, hier geht es ja weiter. Hier geht es weiter. Da könnten wir ja lang wollen vielleicht. Mhm. Ich drücke mal hier noch ein bisschen öfter den Hebel, bis wir herausfinden. Wie das alles hier funktioniert. Hier ist eigentlich noch irgendwie ein geheimer Schalter, nee. Hm. Hm, 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 hm. So, und wieder eins weiter. Aber das bringt doch gar nichts. Bringt das irgendwas? Man muss vielleicht im selben Augenblick... Oh, das wäre aber tricky, Leute. Wenn wir im selben Augenblick dafür sorgen müssten, dass... ...das Ding von der einen und von der anderen Seite getroffen wird. Mal gucken, was jetzt passiert. Ah, nee, der ist zu früh. Huch. Wir... Keine Ahnung warum. Aber der fliegt jetzt hier rüber. Ach, und hat hier jetzt... ...der Ding geöffnet. Oh, aha. Dann müssen wir vielleicht... Das ist interessant. Dann müssen wir vielleicht mit diesem Feuerball hier... ...das Ding da weiter reinrutschen lassen. Ich bin mir, um ehrlich zu sein, gar nicht sicher, ob ich dieses Rätsel jemals gelöst habe bisher. Oh, ihr müsst jetzt denken, dass ich sehr schlecht bin. Ja, das stimmt wahrscheinlich auch. So, jetzt schiebt der das da wieder rüber und sonst passiert nichts. Aber wenn wir jetzt diesen Feuerball hier rausschießen lassen, dann müsste der doch gleich wieder hier nach rechts abhauen, oder? Ja, so ist es auch. Und der fliegt jetzt in ziemlich gerader Bahn auf dem Block zu, den wir auch weghaben wollen. Ja, cool. Sehr cool. Dann wollen wir mal sehen, was hier hinter sich verbirgt. Eine offene Tür. Die Tür steht offen, das Herz noch mehr, nicht wahr? Ein Angriff von allem. Alles, was hier in Gegröße möglich ist, ist jetzt hier und sagt uns Hallo. Ja, es ist mir so lieber. Wir haben ja noch unsere Heiltränke, wenn es hart auf hart kommt mit Tom und Drill. Aber den müssen wir ja erst mal nur in die Flucht schlagen. Ach, das haben wir schon. Das ist ja gut. Und die besiegen wir einfach konventionell. Ja, das ist in Ordnung. Fumpf, fumpf, fumpf. Block, block. So, und wir sagen auch hier links noch mal Hallo. Fok, fok, fok. So. Nee, Steine nehmen wir wieder nicht mit. Wir sind keine Steineschmeißer. Hoppala. Danus Halsreif kann benutzt werden von Druide. Ist das was für Meltas vielleicht? Wir wissen es wieder nicht, ne? Wir wissen es nicht. Aber könnt ihr verstehen, wie es mir gerade in den Fingern kribbelt, ihm das Ding einfach mal anzulegen? Und zu hoffen, dass es... Oh, ein kleines Detail, das mir bisher nicht aufgefallen ist. Seht ihr, wenn man hier was reintut, dann füllt sich die Truhe, wenn man es rausnimmt. Na gut. Ist vielleicht jetzt nicht so revolutionär, wie es mir im ersten Augenblick erschien. Ähm... Tja, Meltas dreht Danus Halsreif versonnen von einer Hand zur anderen. Er schließt die Augen und lässt sich ein auf die Schwingung des Gegenständes und... Ja, legt ihn sich dann einfach um, bevor die anderen ihn davon abhalten können. Scheint jedenfalls nichts Negatives gebracht zu haben, oder? Also er hat mehr Glück als Verstand. Und was beeinflusst das noch? Viele, viele... Oh ja, Leute, guckt mal. Plötzlich hat er 40 Lebenspunkte mehr und 30 Spruchpunkte. Das lassen wir mal so. Aber klar. Ja, sehr schön. Ähm... Waren wir hier schon? Und ein Schutzamulett, noch so eins wie Drill trägt. Ja, das können wir doch mal hier in unserem Brunner... Oder vielleicht Sira. Wollen wir es mal Sira geben? Ich glaube, sie ist mit einem Schutzamulett nämlich besser bedient als mit einem Kraftamulett. Und Runa kann so mehr tragen. Das ist ja auch nicht verkehrt. 85 Kilo ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber verkehrt ist das trotzdem nicht. Was der hier alles unten hat? Naja, vielleicht fertigt er diese Artefakte ja auch selber, der Kontos. Dann können wir jetzt wieder zurück. So, so, so. Jetzt wollte ich schnell und unbemerkt einen Schluck nehmen. Und dann habe ich den Pfeil hier unten in den Mauszeiger gelassen. Und dann kann man nicht mehr mit der Tastatur steuern. So. Also jetzt hier hoch und da rüber. Denn das haben wir noch nicht erforscht, was da so ist. Hier war dieser wandernde Feuerball, nicht wahr? Gott, ich bin schisser. Ich muss mal kurz speichern. Denn Flammen und Feuerballer, da habe ich ja so eine Neigung. Einfach mal rein. Huch! Was ist denn jetzt passiert? Ach, das sind so Drehteile. Okay. Das ist natürlich fies. Das ist natürlich richtig fies. Das heißt, wir sollten die vermeiden. Und uns da bewegen, wo keine sind. Offenbar haben unsere Gefährten irgendwie eine Möglichkeit, auf den Bodenplatten etwas zu erkennen, was ich gerade hier nicht sehe. Dann können wir denen relativ geschickt ausweichen, wenn wir es dann können. Also dann holen wir uns hier. Das ist auch nur Gold, ne? Das ist alles irgendwie nur Gold. Hier hoch und vielleicht auch da außen rum. Mal sehen. Hier hoch und hier außen rum. Ja, jetzt bin ich dem doch auf den Leim gegangen. Das war einer zu kurz. Nein! Jetzt lass das doch mal. Also... Ich komme ja hier. Ich kriege ja einen Küsel. Kriege ich ja ganz küselig von. So, da ist noch so ein Ding, so ein Haufen. Und da hinten ist noch einer. Wir sind ja eigentlich auch immer noch auf der Suche nach dem zweiten Dokumentteil. Also es ist natürlich toll, wenn wir hier so viele magische Gegenstände finden, so Amulette und all den Kram. Aber nein, 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 nein. Hör mal auf. Nein, 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 jetzt lass das mal. Nein, böse. So, ich laufe jetzt ganz schnell nach vorne. Wenn ich nicht an der Ecke hängen geblieben wäre, wäre ich schnell nach vorne gelaufen. Nee, das ist alles Gold. Und da kommt auch der Feuerball, glaube ich. Puh, und hält auf uns zu. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Hm. Hier ist nichts. Ich weiß nicht, ob da vielleicht was war. In dieser Nische. Ein Hebel oder ein Knopf oder ein Schalter. Wir hatten hier bisher gar keine kleinen Knöpfe. Normalerweise liebt dieses Spiel es doch, uns mit kleinen Knöpfen zu foppen. Die dann irgendwo unsichtbar in die Wand eingelassen sind. Nein, nicht unsichtbar, aber relativ schwer zu erkennen eingelassen sind. Und die dann aber das Rätsel zu lösend darstellen. Oh, da sind ja noch kleine Ringriffiecher. Hallo. Na, nur eins. Das ist ja fast ein bisschen. Hier bietet es ja fast schon der Anstand, jetzt die Flucht zu ergreifen, um das Viech am Leben zu lassen. Aber nur fast. Ein Glück. So, vier Erfahrungspunkte. Nee, hier ist auch gar nichts, Leute. Guckt euch das an. Und dieser Feuerball ist uns jetzt gefährlich nah, finde ich. Hm, wir gehen mal hier außen rum. Hier irgendwo dumm. Oh, du lieber Himmel. Oh je, oh je. Das war ja ganz bescheuert. Warte mal, musst du das jetzt hier reißen? Sira, stell sich mal dezent zurück. Ei, 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 ei. Ja, ja, wenn man dann gierig wird, ne? Ping. Soll sowas. Wir haben genügend Heiltränke dabei. Davon sollte ich mich nicht verunsichern lassen. Wenn er jetzt ein paar gute Treffer landet, dann kann er vielleicht alleine diese Truppe hier auch in die Flucht schlagen. Ja, wir brauchen doch mal. Gucken wir mal. Niemals die Hoffnung aufgeben. Verliert den Glauben nicht. Hm, was gar nicht mal so leicht ist gerade, Tom. Strenge ich mal ein bisschen an. Mensch, ins Kinders. Fum, fum, fum. Ei, 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 ei. Hm. Er trifft einfach nicht, ne? Er trifft viel, viel zu schlecht. Warum eigentlich? Weil er Nahkampf nur 58 hat, im Gegensatz zur Drilde da irgendwie was über 90 hat, glaube ich. So, da hat sich jemand bewegt, aber ich glaube, das ist noch kein Rückzug. Nee. Er läuft einfach nervös da hinten hin und her, weil er uns so gerne erwischen würde. Puh, da bezahlen wir meinen Übermut aber gerade teuer. Und ich hoffe, dass der Feuerball uns nicht gleich wieder packt, wenn wir aus dem Kampf rauskommen. So, das hat nämlich schon mal gekleppt. Ja, auch wenn du noch ein Gegner da hast, ziehen die sich trotzdem sofort zurück. Das gefällt mir erstmal als Spielmechanik. Ähm, ich kann mich jetzt nicht umgucken. Ich muss jetzt hier einfach mal das Heil in der Flucht suchen, in der Blindenflucht. Nein, 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 nein. Mist, aber der Feuerball ist ganz da drüben. Das ist also nicht so schlimm. Das haben ja ältere Spiele gerne mal gemacht. Solche Drehdinger und irgendwelche unsichtbaren Teleportationsfelder und so. Geheimwände. Ja, was machen wir denn jetzt? Also wir müssen erstmal unsere Gefährten gleich wieder auf Vordermann bringen hier. Das ist ja ganz schlimm. Sollten wir versuchen... Hm, das war es nämlich jetzt tatsächlich, ne? Also wir haben kein zweites Dokumentteil gefunden. Sollten wir versuchen, Kontos einfach mal dem einen Teil zu konfrontieren und hoffen wir dabei, dass ihn das nervös genug macht, dass er irgendwie das zweite Teil rausrückt oder irgendwas zugibt, was uns nützlich ist. Fum, fum, fum. Oder sollten wir zunächst mal rasten? Wir rasten mal hier unten. So, dann sind wir auch alle wieder da. Und Meltas kann den Rest wieder ganz auf Vordermann bringen. Dreh, das ist erstmal am wichtigsten, glaube ich. Aber wir haben für alle eine Heilung übrig. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So, so, so. Und Rainer kriegt sogar auch mal was ab. Auch wenn du als kleines Kind in den Kessel mit Zaubertrank gefallen bist. Ja. Ich, ich, ich werde ihm damit vor der Nase rumwedeln, bis er zuge... Was, Sira? Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Immerhin bist du Nieskai und... Ach, was? Ihr seid wohl nie zufrieden, was? Was sagst du über diesen... Sie hat ihn gar nicht. Also Sira, jetzt, jetzt lass das mal. Ähm. Kontos, was, ähm... Meint ihr zu Taunos Erlaubnis? Weil Tom nämlich auch das Dokumentar gar nicht hat. War das denn? Adria. Gib das mal gerade hier an unseren Menschen. Alter, ich glaube, das ist diplomatisch gesehen ein bisschen geschickt in der gegenwärtigen Lage. Also. Das ist ein Fetzen eines Dokuments. Was soll ich damit? Was wollt ihr damit? Es ist ordentlich, den anderen Teil sowieso nicht zu gebrauchen. Mhm. Aber er springt irgendwie drauf an. Er springt irgendwie drauf an. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch den anderen Teil... Was heißt nur noch? Aber wir müssen den anderen Teil finden. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass das ein geheimer Vertrag ist zwischen ihm und Gart und Rico. Oder, dass das der Assassinenvertrag ist, ähm... Für den Meuchelmörder, der auf Heras angesetzt werden soll, wenn wir Caria glauben dürfen. Oder vielleicht noch ganz irgendwas anderes, womit wir jetzt überhaupt nicht rechnen. Ähm... Leute, das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Das verspreche ich euch. Ich danke euch ganz, ganz lieb fürs Zugucken und, ähm... Fürs Kommentieren. Und für einen Daumen nach oben, wenn ihr mögt. Ähm... Denkt doch über ein Abo nach, wenn euch unser Inhalt gefällt. Guckt bei den anderen beiden Tieren vorbei, bei Fuchsen und Schafen. Die auch tolle Projekte am Laufen haben. Ich wünsche euch einen tollen Tag oder eine gute Nacht. Oder was auch immer gerade gut für euch ist. Und nochmal ein ganz, ganz frohes und gesundes neues Jahr. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!